Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, heute gibt es mal eine relativ kurze Folge, wiederum was aus meinem Leben letztendlich. Ich benutze ja den Trinity Desktop bzw. TDE, die Trinity Desktop Environment auf all meinen Systemen letztendlich, mit denen ich richtig arbeite. Und mit einem Update, was jetzt vor ein paar Tagen rauskam, hat sich die Tastatur umgestellt. Also auf einmal hatte ich eine englische Tastatur, hat mich irgendwie gewundert, weil TDE eigentlich super funktioniert und sehr stabil läuft und eigentlich bis jetzt sich nie verstellt hat an irgendeiner Stelle. Ja, und wie ihr das Ganze zurückstellen könnt, wenn ihr zufälligerweise auch TDE benutzen solltet, das erfahrt ihr in diesem Video. Den TDE Desktop verwende ich unter Debian 11 und Linux Mint 21 und dabei verwende ich als Paketquelle diese Preliminary Stable Builds, also Pakete, die dafür da sind, um so eine Vorschau auf die nächsten stabilen Versionen von TDE zu bekommen. Eigentlich würde ich das nicht unbedingt haben wollen würden, aber als ich meinen Debian 11 aufgesetzt habe, da gab es quasi noch keine stabile Paketlinie für Debian 11, also habe ich diese Pakete genommen. Und für das Linux Mint 21, was ein Ubuntu 22.04 als Unterbau hat, gibt es eben auch keine offiziellen stabilen Pakete, da gibt es quasi diese vorläufigen Pakete bloß. Und für Debian 11 hätte ich das wahrscheinlich nochmal umstellen können, aber ich bin dabei geblieben, so bekomme ich, ja, gefühlt jeden Tag irgendwie neue Pakete mit Aktualisierung und bis jetzt war das auch nie ein Problem. Sind mal ein paar Kleinigkeiten dazugekommen, das hat sehr gut funktioniert, über, ja, jetzt schon relativ lange Zeit auch, also, keine Ahnung, zehn Jahre oder so, sagen wir mal, hat das immer gut funktioniert. Das erste Mal, wo ich jetzt wirklich Probleme hatte, war, dass meine Tastatursprache auf Englisch umgestellt wurde. Einfach so und das eben auch reproduzierbar, ohne dass ich da jetzt irgendwie eingegriffen hätte, also, dass ich jetzt selbst was umgestellt hätte. Das ist mir jetzt auf zwei Rechnern passiert, vor dem Linux Mint 21, vor dem ich sitze, ist es noch nicht passiert. Kommt vielleicht auch nicht, mal gucken. Ja, aber wie ihr das Ganze jetzt wieder zurückstellen könnt, das gucken wir jetzt gleich mal an. Also, da gibt es einmal dieses Kontrollzentrum von TDE, da kriegt man das auch alles zurückgestellt. Das funktioniert prinzipiell auch, wenn man weiß, dass man mal vor und zurück muss und dann klappt das auch. Gucken wir uns gleich mal an und noch ein bisschen mehr Informationen zu TDE, Installationspakete und weitere Informationen findet ihr auf der Projektseite. Und ich habe natürlich auch schon mal was dazu gemacht. Einmal, wie man die TDE-Programme und Werkzeuge verwendet. Das kam im Video, meine Lieblinge bei Distribution und Desktop, Debian und TDE. Das gibt auch noch eine neuere Variante von diesem Video quasi, wo ich mein Multimedia-System vorgestellt habe, was auf Linux Mint 21 und TDE basiert. Und wo ich nicht so viele Programme vorgestellt habe, das war quasi so ein Schnelldurchlauf. Könnt ihr auch mal gucken, steht alles in der Liste mit den Videos drin. Dann gucken wir uns jetzt mal den TDE-Desktop so weit an, was diesmal interessant ist. So, jetzt sind wir direkt auf meinem Multimedia-Aufnahmegerät drauf. Das ist dieser Ryzen 5. Da habe ich eine Textkonsole und bei den Systemen, wo sich das verstellt hat, hatte ich halt Probleme, dass eben, wenn ich ein Öl gedrückt habe, kam dann Klammer bei R und so weiter. SZ ging auch nicht. Und Alt-GR und das Tabulatorzeichen, das ging auch nicht. Hier hat sich das Ganze nicht verstellt. Aber auf den anderen Systemen hatte ich das Problem. Das habe ich wiederum korrigiert gekriegt, indem ich hier auf das T-Startmenü draufgehe. Dann hier das Trinity-Kontrollzentrum nehme. Hier oben nochmal auf Trinity-Kontrollzentrum draufklicke. Und dann habe ich hier das Trinity-Kontrollzentrum. Hier oben gibt es so eine Suche. Da kann man Dinge eingeben, Suchbegriffe. Und wenn ich jetzt Tastatur eingebe oder Tastablos eingebe, dann kriege ich hier Tastatur-Layout und Tastatur-Belegung. Und da unten kriege ich dann nochmal den genauen Punkt innerhalb von dem Kontrollzentrum, wie das Ganze heißt. Tastatur-Belegung, das wollen wir haben. Und hier ist es auch wiederum auf Englisch eingestellt. Da ist das zwar ausgegraut. Also ich habe zwar weiterhin eine deutsche Tastatur. Bei den anderen Systemen, die ich hatte, da war es eben auch auf Englisch US. Dann habe ich hier oben gemacht, Tastatur-Belegung aktivieren. Habe den ausgewählt, das Englische, entfernen genommen. Dann habe ich hier unten Deutsch hinzufügen gemacht, anwenden. Das hat nicht immer funktioniert. Von daher gibt es jetzt auch bloß ein Video dazu, weil das andere sonst viel zu einfach gewesen wäre. Wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Also wenn ich jetzt hier so mache und da kommen eben nicht Ö, Ä und so weiter, sondern andere Zeichen. Dann habe ich hier unten nochmal auf Voreinstellungen geklickt, nochmal anwenden gemacht. Dann habe ich das wieder aktiviert, Englisch wieder rausgeschmissen, Deutsch wieder hinzugefügt, anwenden gemacht. Ja, und damit sollte das Ganze auch wieder soweit funktionieren. Wenn das immer noch nicht funktionieren sollte, könnt ihr hier oben auch nochmal mit dem Tastatur-Typ rumspielen. Also ich habe hier diese 104-Tasten-PC-Tastatur dran. Ja, beim anderen System gab es sowas auch mit 105-Tasten. Vielleicht da auch nochmal vor und zurück. Oder hier stimmt Generic 105-Key PC-Tastatur. Dass ihr da nochmal ausprobiert, einmal vor und zurück anwenden. Ja, und dann mal probiert. Also bei mir hat es jetzt soweit alles funktioniert. Ansonsten probiert damit rum. Vielleicht hat das ja auch schon so geholfen, wie ich es gezeigt habe. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Es war wirklich eine sehr kurze Folge. Das hat auch den Hintergrund, dass wir in dieser Woche, wo ich es aufnehme und veröffentliche, am Samstag eine Sonderfolge haben. Da war ich ein bisschen was vorbereitet. Und ja, wenn ihr auf das Datum guckt, ist es der 1. April. Und was wir so am 1. April in den letzten beiden Jahren getrieben haben, könnt ihr natürlich auch nochmal nachgucken auf Linux Guides. Ich meine, ich habe es bei meinem PeerTube-Kanal auch mit drin. Und ich weiß gar nicht, ob ich es bei YouTube auch drin habe. Aber ihr findet es auf jeden Fall. Und die Ankündigung für diesen 1. April im Jahre 2023 gibt es auch schon als kurzes Video. Ja, genau. Also von daher diese Woche ein bisschen kürzer. Nächste Woche gibt es das wieder ein bisschen ausführlicher. Ansonsten macht es nach. Macht es nicht nach. Ja, abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017